ja, I will be legal. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle ordentlich wütend, dass uns Karl Klabautermann das Marihuana doch nicht gibt. Ich hab's nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, warum Karl Klabauterbach uns jetzt das Marihuana doch nicht freigibt. Ich würde mich ja sehr, sehr gerne mehr für die Legalisierung einsetzen, aber bei mir ist halt das ganz, ganz große Problem, dass ich den Weedmob, also die Legalisierungsbewegung der Marihuana-Raucher so unfassbar lächerlich finde, dass ich die nicht, also dass ich das nicht, ne? Oh. Hallo Karl. Ich hätte eine Frage. Sehr gut. Ich werde momentan mit vielen TikToks konfrontiert, wo Transfrauen mit frauenfeindlichen Stereotypen arbeiten und Feministen oder sogar TERFs es kritisieren. Ich finde es schwer, mich da zu positionieren, weil mich die Inhalte auch irgendwie nerven, aber will nicht transfeindlich sein. Ich verstehe nicht, also ich weiß nicht, von welchen, welche frauenfeindlichen Stereotypen da von Transfrauen genutzt werden. Das kann ich dir nicht sagen. Habe ich noch nicht wahrgenommen, habe ich noch nicht das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es, also ich persönlich glaube nicht, dass queere Menschen jetzt besonders wie Frauenfeindlichkeit in sich tragen. Und ich glaube, dass wir, um Frauenfeindlichkeit zu finden, auch nicht bei Transfrauen gucken und suchen müssen. Da wird zum Beispiel mit der Periode gespielt, als wäre es ein Fest. Oder generell so dieses Girlhood-Lied von Dylan. Aber das Normalisieren der Periode ist doch, ist doch jetzt nicht frauenfeindlich, oder? Also ich kann schon nachvollziehen, dass die Periode wahrscheinlich für viele echt mega kacke ist. Ich hätte keinen Bock drauf. Insbesondere, wenn das halt mit starken Schmerzen verbunden ist. Aber grundsätzlich ist die Periode doch nichts, was man irgendwie, also warum sollte man das nicht wie ein Fest feiern? Also ich verstehe nicht, wo das Frauenfeindliche daran ist. Wie gesagt, kann auch einfach nur Unwissenheit meinerseits sein, aber Ey, und das Girlhood von, von, also das Lied von Dylan, gar keine Ahnung, weiß ich nicht. Grundsätzlich würde ich halt einfach sagen, ey, wenn dich die TikToks nerven, dann guckst du dir halt nicht an. Also, ganz ehrlich, weil ist es möglich, dass auch Transfrauen einen an der Waffel haben und Scheiße erzählen? Ja, ja klar. Aber da würde ich jetzt nicht meine, meinen aktivistischen Ehrgeiz hinterparken. Ne? Das ist, glaube ich, eine Bubble, in die ich krass abgerutscht bin, leider Gottes, weil ich denke, so entstehen die Turfs, aber das Lied war einerseits witzig und andererseits auch einfach komisch. Ich verstehe nicht, um was es geht. Also, ich habe da wirklich schwere, schwere Verständnisprobleme gerade. Ich checke gar nichts. Ne, ich auch nicht. Weißt du, was du tun kannst? Komm doch einfach, schick doch, schick die TikToks doch einfach mal irgendwo im Vorschlägebereich auf dem Discord oder schick die in eine Mod und dann kann der die hinschicken. Ja, okay, ich muss da erstmal dann ein bisschen diese Videos sammeln. Ne, um Gottes Willen, tu das bitte nicht. Ich dachte, das beschäftigt dich so sehr, dass du die Videos schon gesammelt hast. Wenn du die erstmal sammeln musst, dann ist mein Vorschlag, sie einfach nicht zu gucken. Lass das einfach. Dann müssen wir keine Zeit investieren. Halten wir fest, du hast Transfrauen auf TikTok gefunden, die in deinen Augen Quatsch erzählen. Jo, passiert. Ist... Jo. Ist halt so. So. Jetzt sind wir ganz schnell in meiner Aggressions-Playlist gelandet. Kommt die Legalisierung doch nicht. Let's go. Ich find's übrigens auch, ne? Eine Sache, die man vielleicht mal, die man vielleicht mal so ein bisschen sich verinnerlichen sollte. Ne? Ich denke, hier geht es um die Land, die auch diese Bierwerbung gemacht hat. Die hat jetzt ein Lied rausgebracht, was vielen künstlerisch nicht gefällt und wird jetzt wieder und wird jetzt wieder transfeindlich angegangen. Ja, weil queere Menschen und Transmenschen das Problem haben, dass sämtliche Dinge, die anderen Menschen an Einzelakteuren nicht gefallen, sofort auf die gesamte Welt der Transmenschen transportiert wird. Aber auch Transmenschen sind keine homogene Masse. Transmenschen sind sogar sehr viel diverser als Cis-Menschen es sind. Da gibt's die unterschiedlichsten. und das ist alles, aber keine homogene Masse. Und die haben auch nicht alle die gleiche Meinung. Und deswegen ist es relativ, in meinen Augen relativ dämlich, wenn ich mir eine Transfrau rauspicke, die Quatsch erzählt und dann sage, ich hab Angst transfeindlich zu werden. Warum? Warum hast du Angst transfeindlich zu werden? Weil die eine Person, die trans ist, nicht gefällt oder was? Ist doch egal. Ist das halt so? Ich verstehe aber, warum es die triggert, aber ich will auch diese Transfeindlichkeit nicht. Schwester, Schwester, du sprichst hier mit einem Mann. Ich hab überhaupt keine Ahnung, worum, ich hab keine Ahnung, über was du gerade sprichst. Ich raff gar nicht. Ich verstehe überhaupt nichts. Du musst da wirklich konkretisieren, wenn du eine Antwort, wenn du dir eine Antwort erhoffst von einem weißen Cis-Mann ist mein Problem. Junge, guck doch bitte das Video. Weißt du, ich geb dir mal ein, ich geb dir mal ein Ding, ne? Pass auf, ich werde jetzt dein Leben vollständig verändern. Gib eine neue Seite, die heißt YouTube. Ja? Die heißt YouTube. Und da kann man mittlerweile Videos gucken, ohne, ohne, dass dann Streamer die mit dir guckt auf Twitch. Also, wenn man Videos gucken möchte, dann geht das mittlerweile auch vollständig alleine ohne Twitch-Stream auf YouTube selbst. Mega geile Funktion. Mega geile Funktion. Crazy, dieses Internet. Absolut crazy. Seit wann? Boah. Don't ask me, seit wann? Muss letzte Woche oder so gekommen sein. Ne, mich interessiert, mich interessiert das allgemein, ne? Ich finde das immer sehr, sehr spaßig, wenn Leute, wenn Leute mich fragen, was ich davon halte und dass sie Angst haben, transfeindlich zu werden, weil sie ein TikTok-Lied gefunden haben, das ihnen nicht gefällt. Das finde ich dann schon sehr interessant. Vor allem, weil ich es halt überhaupt nicht verstehe. Aber verstehen will. Versteht ihr? Jetzt aber. Weedmob. Feuer. Die Legalisierung kommt. Und jetzt? Diesen Titel hat er ein Video von mir, das vor fast genau einem Jahr online gegangen ist, nämlich am 12. April 2023. Also, diese Frauen kritisieren eben, dass manche Transfrauen sich so sehr in dieses Stereotyp der Frau verstricken, dass es sich ein bisschen wie lustig machen anfühlt. Es ist nicht nur dieses Lied, sondern mehr Momente. Ah, okay. Sehr gut. Jetzt habe ich, wir fangen gleich mit dem Video an. Ich will es dir, ich will es dir als weißer Tissmann mal kurz versuchen zu erklären und warum dich das überhaupt nicht jucken sollte. Wenn du deine gesamte Jugend, dein gesamtes Kind sein und in vielen Fällen auch Teile deines Erwachsenenlebens mit einem falschen Geschlecht zugeordnet gesehen hast, dann kann es vorkommen, dass du nach deinem Outing und insbesondere nach ersten Transitionschritten so ein bisschen das tatsächlich in dir vorhandene Geschlecht zu embracen versuchst. Und viele machen das auch, indem sie Stereotype nehmen. Also, viele versuchen dann, ihre Weiblichkeit so richtig nach vorne zu bringen. Und jetzt gibt es Trottel, die sagen, dass das dazu führt, dass Rollenbilder verstärkt werden sollen. So, und ich denke mir, das ist ja völliger Quatsch. So, Frauen leiden unter patriarchaler Unterdrückung, seit es Männer und Frauen gibt. Und nur weil jetzt Transfrauen versuchen, das Weibliche nach vorne zu pushen, um sich in ihrer Selbst wohlzufühlen, soll das jetzt dazu führen, dass die Unterdrückung der Frau als solches größer wird? Also, da muss man schon ziemlich viel Lack gesoffen haben, um das zu bedenken. Mein lieber Scholli, und unterm Strich sind doch nicht Stereotype das Problem. Also, ob ein Mensch gewisse Stereotype verinnerlicht oder nicht, das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist die gesellschaftliche Erwartung, die damit verbunden wird und die wenigen Rechte, die die Menschen dann haben aufgrund dieser Erwartungen. Aber wenn jetzt eine Transfrau ihre Weiblichkeit in den Vordergrund stellt, ne, dann ist das alles aber kein Thema, über das sich irgendwelche Feministinnen aufregen sollten. Wenn Feministinnen sich nicht die Achselhaare rasieren wollen und dem Mann ihre Achselbehaarung ins Gesicht drücken, nach dem Motto auch Frauen haben Körperhaare, dann ist das vollkommen cool. Wenn eine Transfrau sich rasiert und sich schminkt und Weiblichkeit in den Vordergrund stellt, um zu zeigen, ich bin eine Frau, dann ist das genauso legit. Okay? Und keine der beiden Gruppen ist in irgendeiner Form eine Gefahr für die andere. Ne? Weil am Ende des Tages ist nun mal im kapitalistischen Patriarchat nur ein Geschlecht, das Problem und das ist jetzt ist man. Tut mir leid, aber das ist nun mal so. Deswegen häng dich daran doch nicht auf. Sei doch froh. Sei doch glücklich für die Transfrauen, die ihre Weiblichkeit in den Vordergrund stellen und endlich in dem Geschlecht leben dürfen, mit dem sie geboren worden sind. Das ist doch mega geil. Das ist doch mega geil, wenn Transfrauen das endlich embracen können und nicht von der Gesellschaft zurückgehalten werden. Ne? Selbstbestimmung. Mega geile Geschichte. An diesem Tag hatte die... Jetzt aber... Jetzt aber zum Video. Kommt die Legalisierung doch nicht? Die Legalisierung kommt. Und jetzt? Diesen Titel hatte ein Video von mir, das vor fast genau einem Jahr on... Gibt es mit dem Code Kevin30 noch 25% Rabatt bei Greenforce? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. ...leingegangen ist. Nämlich am 12. April 2023. An diesem Tag hatte die Bundesregierung eine Pressekonferenz gegeben, bei der... Szene, Karl. Irgendwann kriegen wir das schon noch hin. Irgendwann wird dieses Video gestartet und ihr seht es und wir können darüber sprechen. Das wird heute auf jeden Fall noch passieren. Danke, Karl. Bitte. Bitte. Und Julia, da ich davon ausgehe, dass du eine Schwester bist, Schwester, mach dir bitte keine Gedanken, dass Transfrauen dafür sorgen werden, dass die patriarchale Unterdrückung der Frau weiter oder wieder nach vorne getrieben wird. Die einzigen politischen Kräfte, die derzeit versuchen, das patriarchale, männerdominierte System weiter am Leben zu halten und uns zurück ins Mittelalter zu bomben, wenn es um Rechte von Marginalisierten geht, sind fucking Nazis. Aber nicht Transmenschen. Transmenschen wollen einfach so sein, wie sie sind. Und die wollen das sein, was ihnen viele Jahre in ihrem Leben genommen worden ist. Und wenn die dann so ein bisschen embracen, dann ist das eher cute und geil als irgendeine Gefahr für den Feminismus. Okay? Okay. Die Legalisierung kommt. Und jetzt? Diesen Titel hatte ein Video von mir, das vor fast genau einem Jahr online gegangen ist, nämlich am 12. April 2023. An diesem Tag hatte die Bundesregierung eine Pressekonferenz gegeben, bei der vereinfacht gesagt mitgeteilt wurde, der Besitz von Cannabis in gewissen Mengen wird in Deutschland erlaubt und damit auch die Konsummöglichkeiten ausgeweitet. Und zwar ab dem 1. April 2024. Einige Zeit später hatte dann der Bundestag mehrheitlich dem entsprechenden Gesetz zugestimmt. Die Weichen waren damit also gestellt. Sehr gut. Aber jetzt könnte alles anders kommen. Hat man Jugendrichter Müller gefunden und dann festgestellt, okay, das mit dem Legalisieren ist doch eine beschissene Idee? Der 1. April wackelt. Das Gesetz könnte noch einmal umfangreich geändert werden. Ey, ohne Scheiß, ich werde Ampel-Fan, wenn die Ampel-Regierung sich am 1. April hinstellt und dann einfach sagt April, April. Also muss ich, es tut mir wirklich leid, dass ich das sagen muss, aber das fände ich fucking witzig. Erstens, weil es dann tatsächlich wahrscheinlich einen Bürgerkrieg geben würde und die Revolution wahrscheinlicher wird und zweitens, weil ich einfach auch persönlichen insane, also es würde mich einfach insane, insane amüsieren. geändert werden. Die Einführung verschiebt sich vielleicht um mindestens ein halbes Jahr oder das Gesetz kommt am Ende doch nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der Weed-Mob wird durchdrehen. Was ist da los mit der geplanten Legalisierung von Cannabis? Mehr dazu jetzt. Die Dealer-Lobby hat zugeschlagen. 1. April 2024. Wer auf der Straße kifft und dabei ein paar Gramm Cannabis in der Tasche auf Vorrat dabei hat, der ist legal unterwegs. So hatten sich viele das vorgestellt und bisher sah es auch ganz danach aus, dass das so eintreffen würde. Nach längerer Vorarbeit, vielen Beratungen und Änderungsrunden hat der Bundestag am 23. Februar 2024 mehrheitlich für einen Gesetzentwurf gestimmt mit dem langen Titel Entwurf... Ich gehe nie wieder wählen, wenn das am 1. April nicht kommt. Wenn das doch nicht kommt, wähle ich aus Rache noch Union. Okay, an der Stelle muss ich sagen, dass Nicht-Wählen die intelligentere Methode deines Protests wäre, weil die Union will dich ja fürs Marihuana-Rauchen einfach öffentlich hinrichten. Also die Union möchte ja bewaffnete Polizisten auf der Straße, die, wenn du nach Marihuana riehst, dich sofort erschießen. Deswegen wäre Nicht-Wählen da die deutlich galantere Methode als Kiffer. Und die einzige Partei, die wirklich durchgezogen hat, im wahrsten Sinne, ist die Linkspartei. Denn da haben ich sage nicht wer, aber da haben Leute in den Räumlichkeiten des Bundestages gekifft den Tag. Das fand ich schon ziemlich bemerkenswert. Beispiel beim Deutschen Handverband. Endlich endet die staatliche Massenverfolgung harmloser Bürger. Endlich gibt es erste Möglichkeiten, legal und sicher an Cannabis mit guter Qualität zu gelangen. So hat sich zum Beispiel der Verbandssprecher Georg Huth in einer Pressemitteilung geäußert. Das, was sich die Regierung schon im Koalitionsvertrag vorgenommen hatte, war jetzt auf den Weg gebracht worden. Auch wenn bis zuletzt hart über die Details diskutiert worden ist. Ich trage das Schauspiel der Bonzenpolitik nicht mehr, wenn ich nicht mal kiffen darf. Ey Rito, du bist halt noch legit zwei Wochen lang davon entfernt, dass du sagst Bonner Bonzenpolitik. Und dann ist der Lab halt voll. Also dann ist der Lab vollständig. Dann sind wir am Ende deiner DDR-Entwicklung angekommen. Wenn du jetzt noch Bonner Bonzenpolitik sagst, dann bist du straight Mitte der 80er Jahre. Und das ist halt mega geil. Also das ist mega geil. 30 Änderungen hatte der Bundestag doch an dem Entwurf vorgenommen. Dann erst gab es grünes Licht. Die wesentlichen Punkte zu diesem Gesetz habe ich euch in dem Video hier oben schon mal zusammengefasst. Ich habe es verlinkt. Guckt da gerne mal rein. An dieser Stelle nur ganz kurz. Künftig legal sein soll der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. Zu Hause soll man bis zu 50 Gramm aufbewahren dürfen und dazu bis zu drei weibliche Pflanzen für den eigenen Anbau besitzen können. Sätze, die ich mir die letzten Tage von Rito im Discord anhören muss. Oh, Digga, mit drei weiblichen Pflanzen, was du da, wenn du das vernünftig machst, alles an Marihuana bekommen kannst. Das ist schon mega geil. Wer selbst keinen grünen Daumen hat oder aus anderen Gründen nichts anbauen kann, für den gibt es so der bisherige Plan ab dem 1. Juli 2024 die Möglichkeit sogenannter Anbauvereinigungen. Das zieht mir dann durch die Glühbirne. Okay, das mit der Glühbirne wollte ich jetzt eigentlich nicht öffentlich machen. Anbauvereinigungen haben maximal 500 Mitglieder und sind eine Art Zusammenschluss von Menschen, die für ihren eigenen Gebrauch und tatsächlich nur dafür Cannabis anbauen. Allerdings streng limitiert und überwacht. Jede erwachsene Person ab 21 Jahren bekommt von dieser Vereinigung maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag und 60 Gramm maximal im Monat. Ja, das ist ja schon mal Quatsch. Also ich sage ja, ich sage ja ganz ehrlich, gebt das Hanf einfach vollständig frei. Also Marihuana muss vollständig freigegeben werden. Macht doch einfach, was ihr wollt. Kifft doch einfach, wie ihr möchtet. Es ist auf jeden Fall angenehmer als Alkohol und die Kohle, die wir verschwenden mit der Strafverfolgung von Konsum ist also alleine, dass wir nur der Kapitalismus kann sich Konsumenten strafrechtlich verfolgen überhaupt ausdenken. Also stell dir vor, du kiffst und wirst dann dafür strafrechtlich verfolgt, weil du kiffst. Das ist so Delulu. Das ist so bescheuert. Jeder zwischen 18 und 21 Jahren maximal 30 Gramm pro Monat. Außerdem darf der THC-Gehalt in dieser Altersgruppe 10 Prozent nicht überschreiten. Dazu kommen noch weitere Regeln. Zum Beispiel darf für Cannabis nicht geworben werden. Zu bestimmten Einrichtungen muss ein Abstand von mehr als 100 Metern vom Eingangsbereich eingehalten werden, wenn man Cannabis konsumiert, zum Beispiel Schulen oder Spielplätzen. Und es gibt Vorgaben für den Kinder- und Jugendschutz und die Prävention. Insgesamt 15 Artikel hat das Gesetz und jeder einzelne davon ging durch diverse Instanzen. Einer der wichtigsten davon war sicher der Gesundheitsausschuss des Bundestags, in dem dann auch die meisten Änderungen beschlossen worden sind. Die Empfehlungen dieses Ausschusses waren die Grundlage für die Abstimmung. Wenn euch das Gesetz und die Beschlussempfehlungen interessieren, dann schaut einfach in die Infobox. Da habe ich euch etwas dazu verlinkt. Alles in allem kann man sagen, dieses Cannabis-Gesetz ist ein deutlicher Richtungswechsel in der Drogenpolitik in Deutschland. Während die Regelungen bisher meistens eher verschärft als gelockert worden sind, gibt es beim Thema Cannabis zum ersten Mal den Plan, Besitz und Konsum zu entkriminalisieren. Aber was die einen, natürlich vor allem die Konsumenten, Wenn der Spielplatz groß genug ist, darf ich dann am Spielplatz auf der Schaukel kiffen. Also dann bist du halt einfach ein Asozialer. Also ich bin ja all in für Konsum, konsumiert wie ihr wollt, aber ich glaube, in der Nähe von Kindern sollte nichts berauschendes konsumiert werden. Weder Marihuana noch Alkohol noch irgendwas anderes. Also wenn eine erwachsene Person sich aus welchem Grund auch immer die Birne weghauen möchte, dann kann sie das gerne tun. Und in meiner, in meinem Sozialismus wäre auch Rausch etwas vollkommen in Ordnung. Also Rausch ist ja nur dann schlimm, wenn du von der Realität wegrennst deswegen. Aber auf dem Kindergarten kiffen, das ist so asozial, da sollte die Fresse für poliert werden. Ne? Freud ist für die anderen ein Problem. Sie befürchten, dass bald immer mehr Leute anfangen zu kiffen, sprechen über mögliche gesundheitliche Folgen und argumentieren allgemein, dass Drogen verboten bleiben sollten. Konsum ist noch nie kriminell gewesen, lediglich der Besitz. Dankeschön, Herr RP-Anwalt. Abgesehen vom Alkohol vielleicht. Die Gegner der Cannabis-Legalisierung haben deshalb noch nicht aufgegeben. Auch wenn das Gesetz schon durch den Bundestag gegangen ist, und zwar erfolgreich gegangen ist, wie eben beschrieben, eine Möglichkeit wollen sie doch noch nutzen. Nämlich den Bundesrat. Im Kommunismus muss man sich nicht mehr berauschen. Naja doch, klar. Gerade im Kommunismus müssen wir uns und dürfen wir uns berauschen. weil dann das Leben einfach geil ist. Und dann ist halt, es gibt halt nichts Besseres als so einen richtig derben Absturz-Rausch. Das ist ja mega geil. Wie geil ist das denn einfach? Der Rausch ist ja nur deshalb ein Problem, weil man davon von der bitteren Realität ablenken möchte. Ne? Das ist ja das Problem am Rausch. Nicht der Rausch selber. Rausch ist ja mega geil. Ne? Kann das Cannabis-Gesetz im Bundesrat noch verhindert werden? Schauen wir uns zunächst mal Folgendes an. Welche Rechte hat der Bundesrat eigentlich? Generell, und das wisst ihr wahrscheinlich, hat der Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren eine wichtige Rolle. Hintergrund dafür ist, dass die Bundesländer ein Wörtchen mitreden sollen, wenn es darum geht, was an Gesetzen in Deutschland beschlossen wird. So sieht es unsere Verfassung vor. Der Bundesrat kann dabei erstens Gesetze vorschlagen, zweitens sich zu Gesetzen der Bundesregierung äußern, drittens Gesetzen zustimmen oder sie ablehnen und Boah. Jetzt kommt's, Freunde. Habt ihr Bock, dass ich Rausch, System und Veganismus verbinde und das deraile? Mein lieber Scholli, das wird eine Derailing-Leistung jetzt. Passt auf, ich erklär's euch. Stellt euch vor, ihr habt ein Schlachthaus direkt neben eurer Wohnung und dann müsst ihr euch jeden Abend eine Flasche Korn in die Birne zimmern, dass ihr die Schreie ertragt und den Gestank und das Leid, was da passiert. Das ist ein schlechter Rausch, weil er von der beschissenen Realität ablenkt. Wenn jetzt aber das Schlachthaus geschlossen und zerschlagen wird und man dann mit einer Flasche Korn feiert, dass die Kacke nicht mehr steht, dann ist das ein guter Rausch. Veganismus und Rausch erklärt, derailed, bingo und versenkt. Ha! Geil! Viertens, Einspruch gegen ein Gesetz einlegen. Dabei kommt es immer darauf an, um welche Art von Gesetz es sich handelt. Sogenannte Zustimmungsgesetze kann der Bundesrat ablehnen oder ihnen eben auch zustimmen. In diesem Fall kommen die Gesetze zustande oder eben auch nicht. Bei Einspruchsgesetzen sieht das ein bisschen anders aus. Der Hebel dabei ist, der Bundesrat kann den Vermittlungsausschuss anrufen. Der verhandelt dann über das jeweilige Gesetz und dann geht das Gesetz noch einmal zur Abstimmung in den Bundestag. Das heißt, bei Einspruchsgesetzen kann der Bundesrat zumindest Details angeplanten Gesetzen noch ändern oder aber die Arbeit an den Gesetzen so stark noch einmal aufrollen, dass am Ende womöglich alles Kiffen kann eben auch helfen, vor allem für Schmerzpatienten, die auch, siehst du, und deswegen mag ich Kiffaktivismus nicht, weil wir sprechen hier über Rausch und wir sprechen obviously darüber, dass sich Leute einfach nur ihre Existenz schön kiffen und dann kommt irgend so eine Weed-Nase und erzählt mir was von Depressionen und Schmerzpatienten. Hört doch einfach auf damit, wirklich. Und um genau so ein Einspruchsgesetz geht es beim Cannabis-Gesetz. Das heißt, der Bundesrat kann das Gesetz zwar nicht ablehnen und damit verhindern, aber er kann es an den Vermittlungs- Ich hatte schon jemanden hier, der mir erzählt hat, dass man die Klimakrise mit Marihuana-Legalisierung lösen könnte, weil ja die Marihuana-Pflanzen, die er dann wieder raucht, CO2 speichern. Dass ich dann wieder in die Atmosphäre rauche, aber es spielt ja gar keine Rolle. Also die Leute hatte ich schon hier. Er hat legit geschrieben, naja, Klimakrise wäre kein Problem, wenn Marihuana legal wäre. Das ist nicht dein Ernst. Das ist absolut mein Ernst. Das wird genau so hier geschrieben. Das stimmt doch auch. ...Ausschuss übergeben. Und der muss dann neu verhandeln. Dieser Vermittlungsausschuss besteht aus jeweils 16 Mitgliedern des Bundestags und 16 Mitgliedern des Bundesrats. Und was bedeutet das dann für das Cannabis-Gesetz? Also die Frage, wie könnte der Bundesrat aktiv werden? Ganz einfach, der Bundesrat könnte den Start des Gesetzes kippen. Und das vergleichsweise unkompliziert. Jetzt am 22. März findet die nächste Sitzung des Bundesrats statt. Und gibt es dort eine Mehrheit dafür, das Cannabis-Gesetz in den Vermittlungsausschuss zu übergeben, dann war es das mit dem 1. April. Denn, und das ist das Zentrale in diesem Fall, bis der Ausschuss tagt und sich geeinigt hat, kann es eine ganze Weile dauern. Wochen oder Monate. Die Zeit ist nicht begrenzt. Und nicht nur das, theoretisch könnte der Vermittlungsausschuss das gesamte Gesetz noch einmal öffnen und über jede einzelne Formulierung diskutieren. Die Bundesregierung könnte unter Umständen komplett aufgeben. Und da vor allem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, einer der Drahtzieher hinter diesem Gesetz. Die Süddeutsche Zeitung hat dazu recherchiert und schreibt, Zitat ihr hört, dass da ist viel Konjunktiv dabei. Könnte, müsste, aber Hanf geht for real voll steil. Nur Bambus wächst schneller als das Zeug und man kann daraus geiles Dämmaterial, Kleidung und allem möglichen Scheiß. Ich will nur eins sagen, okay? Weil du bist ein Freund von mir und deswegen will ich dir ganz kurz sagen, wie du gerade wirkst. Für Leute, die lesen, was du sagst. Ich will dir ganz kurz nur zeigen, wie du wirkst, okay? So, original. Das ist halt 90% der Leute, die das lesen, was du schreibst, haben dieses Bild vor Augen, wenn sie das lesen. Und Leute wie Haschnatter77 schreiben, Rito, lass dir nichts erzählen, du hast vollkommen recht. Ich will nur, dass du dir darüber im Klaren bist, das ist alles, was ich will. Ich will nur, dass du das weißt. Die Möglichkeit besteht in der Theorie und natürlich auch die Möglichkeit, dass das Gesetz noch einmal geändert wird. Ich bin da bei Rito, bei dir ist Ramadan-Kilo, du bist ganz ruhig. Interessant aber ist, wenn es tatsächlich zu einem Vermittlungsausschuss kommen sollte, dann ginge das nur mit der Unterstützung von SPD, FDP und Grünen im Bundesrat. Also den Parteien, die eigentlich an der Bundesregierung beteiligt sind und sich für eine Legalisierung einsetzen. Auf Länderebene sieht das aber ein bisschen anders aus als auf Bundesebene. Vor allem die Innen- und Justizminister der Parteien, aber auch anderer Parteien sehen einen Start zum 1. sind dabei auf einer Linie mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Am Ende könnte der kuriose Fall eintreten, dass die Parteien der Bundesregierung im Bundesrat ein Gesetz verzögern oder vielleicht sogar verhindern, dass sie selbst im Bundestag eingebracht haben und für das sie dort gestimmt haben. Also lieber den Abgeordneten. Ich liebe den Weed-Mob, Alter, ich liebe den fucking Weed-Mob. Ihr seid die witzigsten Menschen auf diesem gottverfickten Planeten, wirklich. Ihr seid die absolut witzigsten Menschen. Stell dir vor, du hast jemanden wie mich hier sitzen, der sagt, ja, legalisieren ist halt absolut notwendig, müssen wir machen, die ganze Strafverfolgung ist für den Arsch, wenn es nach mir geht. Baut einfach alles an und kifft den ganzen Tag, ist mega in Ordnung und dann sage ich mit einer Nebensilbe, dass man mit Marihuana anbau den Klimawandel wahrscheinlich nicht aufhalten kann und die Leute schreiben, ja, Karl, red lieber wieder über Themen von den Du Hörnernach ihr seid einfach die witzigsten Menschen, die es gibt auf diesem Planeten, Alter, ihr seid die absolut witzigsten Menschen, das sind die Leute, die am Rande stehen und wahrscheinlich auch im Nah Osten sagen würden, also ich kann das ja nachvollziehen wie hier Palästina und Jerusalem und so aber warum rauchen wir jetzt nicht einfach eins zusammen die Sache ist wahrscheinlich schon wieder in Ordnung es ist original wenn du dich nicht hinstellst und sagst dass jedes Problem mit dem Marihuana Konsum der einzelne Person die gerade schreibt gelöst werden kann dann hast du keine Ahnung wovon du sprichst wäre schön wenn du mal über ein Thema sprichst von das du Ahnung hast Karl hätte da einen Video Vorschlag was ist das für ein Video Aber warum eigentlich was sind für die Bundesländer die größten Knackpunkte schauen wir uns das mal im Detail an und starten mit Punkt 1 die Amnestie in ein Video über Cannabis Zäpfchen gemacht auch ja und dann sagt er heute Abend wäre ich noch ein bisschen welches ist das so jetzt abends Fußball Zeit zum Fußball schauen ist ja WM Zeit und ja jetzt ist Zeit zum Rauchen nee Alter nee ja das übrigens jetzt nachher genau wir sind noch bei Konsumform das ist die ungesündeste Konsumform Rauchen egal ob als Joint oder als Bon oder als sonst wie Rauchen ist die ungesündeste Konsumform Verbrennen aber vor allem die Leute in meinem Alter die machen das schon viel zu lange um einfach mal so damit aufzuhören ist halt eine Angewohnheit die auch eigentlich nichts mit medizinischem Konsum zu tun hat bin ich Amateure oder ihr ganzen ihr ganzen scheiß Amateure wenn ihr einfach nur eine Locke von Micha rauchen würdet ihr hättet den heftigsten Trip eures Lebens mein Lieblings Weep Mob Tweet des Monats vor 30 Jahren waren es die Homosexuellen heute kämpfen die Cannabie vielen um ihre Freie ich hab den auch gelesen ja weil du ihn mir geschickt hast Peter aber ich wünschte mir ich hätte ihn nicht gelesen aber eine extrem große Sache es geht um Artikel 13 dazu heißt es in den Erläuterungen im Entwurf in Bezug auf das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch ein bisschen komplex ich erklär es gleich hinsichtlich noch nicht vollstreckter Strafen ist die Übergangsvorschrift in Artikel 313 entsprechend anzuwenden das heißt rechtskräftig verhängte Strafen wegen solcher Taten die nach neuem Recht nicht mehr strafbar und auch nicht mit lassen soweit sie noch nicht vollstreckt sind sehr gut langer Satz heißt ganz einfach wenn jemand heute an diesem Tag wegen etwas verurteilt wird das laut dem neuen Cannabis Gesetz nicht mehr strafbar ist dann muss er sobald dieses Gesetz in Kraft getreten ist nachträglich freigesprochen werden das gleiche gilt für alle die schon verurteilt aber und das ist wichtig noch nicht bestraft worden sind bei denen das Urteil also noch nicht vollstreckt worden ist und auch bei allen die bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes noch verurteilt werden und das sind nicht wenige allein im Jahr 2022 gab es rund 175.000 polizeilich erfasste Verstöße im Zusammenhang mit Cannabis weniger dürften es seitdem nicht geworden sein und der Punkt dabei ist tritt das Cannabis Gesetz in Kraft müssen einige Fälle aus der Vergangenheit neu aufgerollt werden und genau darum geht es den Justizministern der Länder sie schlagen Alarm und sagen das bekommen wir bis zum ersten April gar nicht hin das Justizministerium in Thüringen spricht zum Beispiel gegenüber dem MDR von insgesamt 4500 Strafverfahren die neu gesichtet werden müssten das würde pro Verfahren rund eine halbe Stunde in Anspruch nehmen und entsprechend viel Personal binden ähnlich hört man es auch aus anderen Bundesländern der deutsche Richterbund rechnet mit deutschlandweit rund 100.000 Akten die man sich noch einmal anschauen müsse davon zum Beispiel 4000 in Hamburg oder man macht es kreativ man nimmt die Akten und macht da hier so Filter draus so Joint Filter sagt die Justizbehörde dort da wird den ganzen Kiffern auch ordentlich einer abgehen wenn die ihre eigenen Strafakten wegen Cannabis Delikten als Tipps wegrauchen könnten das wäre mega geil da würde ich mit einem Kiffen anfangen wenn ich eine Strafakte wegrauchen könnte wäre mega geil das habe auch damit zu tun dass noch nicht alles komplett digitalisiert sei und viel Handarbeit nötig wäre allerdings das scheint nur das halbe Bild zu sein die Wochenzeitung die Zeit hat bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Hamburg nachgefragt wie groß die Belastung tatsächlich wäre und erfahren schon seit November 2023 wird wird an den Prüfungen gearbeitet Zitat aus dem Artikel ein Rest von 300 Akten soll noch geprüft werden auch das klappt wohl bis zum ersten April und tatsächlich muss man sagen schon in September 2023 lag dem Bundesrat der Entwurf zum Cannabis Gesetz zur Stellungnahme vor ab diesem Zeitpunkt wusste man in den Ländern also was in etwa kommen könnte und hätte sich auf den April vorbereiten das wäre alles grundsätzlich machbar der Vorwurf der unter anderem von der neuen Richtervereinigung kommt ist die Bundesländer würden beim Schätzen der Aufwände unangemessen übertreiben um das Gesetz hinaus zu zögern die Organisation schlägt deshalb einen Kompromiss vor den die Kollegen von Legal Tribune online zusammengefasst haben den Artikel findet ihr unten in der Infobox klar ist für die Betroffenen ist das eine schwierige unter Umständen ab dem 1. April freigesprochen werden könnten Cannabis wird seit Jahrtausenden von Menschen konsumiert erst seit 100 Jahren verboten aber an Konsum der Menschen nichts geändert weiterer interessanter Fakt Leute die also der Weedmob geht nicht wählen weil er sich nicht mit Politik auseinandersetzen möchte weil das zu viel Zeit in Anspruch nimmt aber wenn es um ihre eigenen Bon geht werden sie plötzlich zu Historikern wusste dir eigentlich dass die Kirche damals Marihuana verboten hat mal kurz in die runde gefragt verschiebt sich das gesetz deswegen sage ich ja der weed mob ich spreche hier ganz explizit nur von den Leuten die zu siebt in berlin protestieren dass man marihuana legalisieren muss von denen spreche von den sieben leuten kiffen die halbe nation kifft alter und das ist auch gut so kifft den ganzen tag aber lauft damit nicht vor euren problem davon sondern kifft halt einfach nur weil es lustig ist ich sag ja grundsätzlich hat konsum bei mir schon immer folgende grundregeln gehabt mach's nicht alleine und mach's nicht wenn du traurig bist das sind so die beiden grundregeln beim saufen gewesen bei mir hat mein Papa mir mit auf den weg gegeben nach diesen regeln habe ich gesoffen und nach diesen regeln bin ich nicht süchtig geworden mittlerweile trinke ich gar nicht mehr vielleicht einmal im jahr wenn es überhaupt wenn überhaupt aber das sind so die regeln mit mit Drogen und mit Rausch im allgemeinen nicht wenn du alleine bist und nicht wenn du unglücklich bist in Gesellschaft und wenn es dir gut geht haut euch rein was ihr wollt scheißegal mega geil zu punkt zwei die kontrollen wie vorhin schon beschrieben regelt das gesetz verschiedene dinge sehr detailliert den besitz den anbau den konsum und so weiter vor allem für die innenminister der bundesländer ist das ein problem sie sagen das ist künftig viel zu viel aufwand für unsere polizei wie sollen wir das alles prüfen oder um es mit den Worten des innenministers von nordrhein-westfalen herbert roll von der cdu zu sagen die polizisten werden auf der straße sein und feststellen müssen ist das legale handel ist das illegale handel haben die drei gramm zu viel angebaut haben weil du so oft traurig bist ich habe ja noch eine andere konsum theorie aber die ist ein bisschen kontroverser ich glaube dass das rausch ab einem gewissen alter dann auch peinlich wird also ich bin jetzt 35 jahre alt wenn ich jetzt noch rausgehen würde und sagen würde eine poppe für mich dann wäre das schon ein bisschen unangenehm finde ich ich glaube dass es so eine zeit gibt im leben eines menschen wo rausch in gesellschaft mega geil und auch mega wichtig sein kann also sage ich euch ganz ehrlich da bin ich auch voll dabei ich finde da gibt es ein recht aufrauschen alles mögliche das ist das ist eine geile zeit die ich keinem menschen irgendwie abschlagen wollen würde aber die endet irgendwann und ich glaube so jetzt mit mitte 30 ist das dann auch ist auch gut irgendwie aber ist auch nur meine meinung nur meine meinung ich fand auch damals schon die 40 50 jährigen alkoholiker in Kneipen immer sehr sehr fragwürdig hatte für mich auch schon nichts mehr mit lustigem konsum zu tun ja haben die noch eine oma zu hause die auch noch anbauen durfte ich sage ihnen ich habe keine lust meine polizisten mit so einem scheiß zu beschäftigen ja und ganz ähnlich nur vielleicht etwas anders formuliert sehen es auch andere kollegen aus diesem ressort gegenwind die meisten konsumierenden sozial kompatibel verhalten werden und sich an die abstandsgebote halten ebenso wie ein großteil derer die zukünftig selbst cannabis züchten sich an die erlaubte anzahl der pflanzen halten wird es gibt keinen grund weshalb die polizei und ich bin der meinung bestimmte drogen sollten in bestimmter umgebung erhaltbar zu sein glaube ich auch aber nicht für alle menschen und leute die sätze schreiben wie ich bin der meinung bestimmte drogen sollten in bestimmter umgebung erhaltbar zu sein die sollten jetzt also für die sollte drogen nicht erhaltbar zu sein das meine meinung auch aber da können wir sollten ebenso kann an einschlägigen orten weiterhin entsprechend kontrolliert werden die schwierigkeiten eine handelsabsicht nachzuweisen werden zukünftig nicht größer als sie es jetzt bereits sind den kompletten offenen brief mit allen unterzeichnern habe ich euch unten in der infobox verlinkt das kernargument auch anderer gesetzes befürworter ist dabei die polizei wird durch das gesetz an anderer stelle viel aufwand einsparen nämlich deshalb weil vieles von dem was heute noch illegal ist dann legal sein wird die 175.000 fälle aus dem jahr 2022 dürften sich auf einen bruchteil reduzieren ich finde übrigens ich finde die kiffer die sagen also jetzt kommt ein weiterer habt ihr Bock auf einen weiteren real talk eines nicht kiffers übers kiffen pass auf ich finde ja leute die marihuana vapen mega langweilig fucking mega ich finde leute die sagen ich kiff nicht viel aber wenn dann aus der kloschüssel die finde ich fetzig also wenn wenn man kifft dann bitte auch wirklich komplett asozial dann richtig auf party und asozial aus dem spülkasten oder oder so so eine richtig abgefuckte bon rein brettern in die birne so eine ranzige bon reindrücken ins stammhirn das schon geil also muss schon wirklich sagen das finde ich schon geil aber leute die sagen nee ich hab halt nur so eine vape und da konsumiere ich das finde ich schon langweilig das sind so leute die lsd mikrodosieren um im start-up zu funktionieren das ist langweilig also wenn rauscht dann richtig feuerfrei in die birne dann feuer dann mit dem vorschlag hammer ins gesicht schöne alte ranzige bon und dann das ding richtig hochdrücken und und feuerfrei ne reiche gilt übrigens auch für die ermittlungsarbeit jetzt bin ich verwirrt ey ich hab nix gegen rausch ich find rausch mega geil ich find rausch eins der geilsten sachen überhaupt was gibt es ein geileres als rausch rausch ist doch mega geil aber die gründe warum man eben von der realität weg möchte die finde ich traurig also ich finde traurig wenn Leute nur im Rausch ihren Alltag aushalten das ist scheiße wenn Leute nüchtern so unfassbar traurig sind dass sie dass sie kaum funktionieren und dass sie sich dann irgendeine Substanz reinfeuern um die Realität erträglich zu machen das ist scheiße wenn dein Leben geil ist und du dir dann die Birne raushaust mit so einer ranzigen Wodka Bon das ist doch mega geil was gibt es denn geileres was gibt es denn geileres als mit Freunden am Wochenende eine Ölwanne zu rauchen das ist doch mega geil so wie geil wären das wenn wir einfach keine Probleme hätten wenn das System geil wäre wenn wir in so einem krassen Luxus Kommunismus wohnen würden und Kilo vorbeikommt und sagt alter eine meiner weiblichen Pflanzen hat aber Blüten abgeschmissen wenn du dir die gleich reinfeuerst dann weißt du nicht wie deine Mutti heißt und dann das Ding hochgezogen das gibt doch nichts geileres wäre doch mega fetzig ist doch mega fetzig zum Beispiel in den Staatsanwaltschaften auch das ist ein Argument das immer wieder angeführt wird das heißt im Kern geht es den Bundesländern im Bundesrat vor allem darum dass sie viel zusätzliche Arbeit befürchten und kritisieren dass die Umsetzung der Legalisierung an ihnen hängen bleiben würde zumindest zu großen Teilen und dass man das so schnell nicht organisieren könne dazu kommen Bedenken wegen weiterer wichtiger Punkt nicht mischen entweder Weed oder Alkohol nie beides zusammen Bullshit Alter in meinem Nuxuskommunismus werden Leute die noch nie gekifft haben zuerst mit einer Flasche Korn abgefüllt damit die dieses schöne Erlebnis haben dass sie sich eine Nacht lang den Leib rauskotzen das ist doch also auch das ist doch auch kein Problem volle Röhre Digi ne volle Röhre ich wünschte mir dass wir auf dem Planeten leben wo Konsum volle Röhre voll klar geht ne wo das voll in Ordnung ist Gesundheitsrisiken Jugendschutz und anderen Punkten auf Alk das macht der oder wie ich auch wie mein Papa auch immer gesagt hat Wein auf Bier das rate ich dir Bier auf Wein das rate ich dir wie sich generell um den Konsum von Cannabis drehen oder auch um die Frage Legalisierung ja oder nein es geht da auch um internationales Recht mehr dazu habe ich euch unten in der Infobox verlinkt auf viele dieser Punkte hatte der Bundesrat schon Ende September 2023 in einer Stellungnahme hingewiesen und Gegenvorschläge gemacht die aus Sicht des Bundesrats wahrscheinlich gewichtigste Forderung steht dabei auf Seite 46 der Stellungnahme Zitat Artikel 15 Absatz 1 ist wie folgt zu fassen dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Juli 2025 in Kraft das heißt aus Sicht des Bundesrats im September 2023 soll das Gesetz erst zum Juli kommenden Jahres starten und bis dahin würde alles laufen wie bisher kann man ohne Rausch kein erfülltes Leben haben na klar natürlich kann man ohne Rausch ein erfülltes Leben haben aber ich persönlich fand Rausch mit Freunden immer mega geil also wenn ich zurückdenke an mein Leben dann muss ich echt sagen dass mein Leben war nicht traurig oder beschissen oder so aber viele der glücklichsten Momente waren einfach mit Freunden in Gesellschaft und dann halt komplett weggeschossen von diesem Planeten das ist ich finde Rausch nichts Schlimmes ich finde nicht dass man sagen kann okay wenn es nichts für dich ist dann bist du ein Loser oder hey man kann nicht anders Spaß haben als mit Drogen so natürlich kann man das auch ohne natürlich geht es auch ohne aber ich finde es absolut nicht schlimm wenn Leute wenn Leute ihr Bewusstsein wegfeuern wollen weil es Spaß macht so finde habe ich nichts dagegen ermittlungen verurteilungen hart strafen ob es dazu kommt das ist schwierig zu sagen möglich wäre zum beispiel auch dass sich spd grüne und fdp am 22 märz im bundesrat enthalten es würde dann keinen vermittlungsausschuss geben und das gesetz würde zum ersten april in kraft treten alternativ könnten sich einige vertreter der parteien aber auch für einen vermittlungsausschuss aussprechen zusammen mit der für alle drogen im system ja weil drogen der einfachste weg sind um die beschissene lebensrealität wegzumachen das ist der das ist weil es der einfachste weg ist so viele leute haben keinen ausweg aus ihrer realität die sind gefangen in ihrer selbst und die sind gefangen in ihrem system und die haben keine perspektive und keine aussicht da ist hoffnungslosigkeit die sich breit macht und der einfachste weg aus dieser hoffnungslosigkeit ist die sich aus dem gehirn zu konsumieren das ist gefährlich und solange wir in so einem beschissenen system leben brauchen wir aufklärung aber gesetzt des falles dass wir nicht so in der scheiße wären was ist denn daran auszusetzen sich mit freunden am wochenende die birne weg zu hauen fällt mir gar nichts ein was dagegen auszusetzen wäre fucking gar nichts im ausschuss müssten dann alle strittigen punkte neu besprochen werden mit dem wahrscheinlichen ergebnis dass das gesetz zwar kommt aber erst deutlich später und wie vorhin schon kurz gesagt scheitern könnte am ende auch auch das gilt unter experten aber eher als unwahrscheinlich das heißt entscheidend ist jetzt die kommende bundesratssitzung danach weiß man mehr was mich interessieren würde ist was denkt ihr denn sind die argumente der länder für euch plausibel seht ihr das komplett anders schreibt gerne unten in die kommentare lasst uns darüber diskutieren natürlich wie immer fair und sachlich und hier neben mir findet ihr außerdem noch ein Video zu den Hintergründen des Cannabis Gesetzes und ein Video zur Geschichte von Cannabis schaut da auch gerne mal rein na klar geht das bin auf allen Partys nüchtern kommt immer auf die Menschen an mit denen man feiern geht ich war auch schon auf einigen Veranstaltungen nüchtern und ich muss sagen es gibt nichts peinlicheres als betrunkene Menschen also meiner Erfahrung nach aber das mag auch nur ich sein wenn ich nüchtern auf einer Party bin und dann sehe mit was sich betrunkene Menschen amüsieren dann finde ich das immer also ich stehe da und denke mir so ich will jetzt einfach nur nach Hause was soll das denn wohingegen wenn man selber besoffen ist das ist ganz lustig was da passiert aber es muss ja auch diese MVPs geben die dann fahren also jeder jeder trink Wasser das mag ich und dann fahre ich euch alle nach Hause das ist dieser that one MVP ich finde nüchtern auf Partys wo konsumiert wird unfassbar anstrengend ich finde Konsum halt so gar nicht ich fühle halt Konsum und rausch so gar nicht und schäme mich ab einem gewissen Punkt immer ja genau und der Trick ist wenn du selber dicht bist wie ein Brett weil dann schämst du dich ja nicht das ist ja der Trick wenn du siehst wie sich berauschte Menschen verhalten dann kann man sich ja nur dafür schämen und deswegen ist der Trick dass du halt selber so hart einen im Kessel hast dass du das gar nicht also das nimmst du dann gar nicht wahr an dieser Stelle bitte beteiligt euch an der Mail Kampagne Vermittlungsausschuss verhindern auf nee alter ich werde nicht in den Weedmob Aktivismus einsteigen es gibt so viele Probleme die wir hier im System zu lösen haben da gehört Marihuana Legalisierung echt zu den allerletzten für die ich mich engagieren werde also legit zu den letzten zu den